Untertitelung. BR 2018 Ich erhoffe mir und erwarte mir, dass es mit Werner Beimann weitergeht. Und hoffentlich kommt es zu einer großen Koalition. Ich erhoffe mir und erwarte mir die Möglichkeit zu schaffen, als Grüne auch in der Regierung mal dabei zu sein. Sollten wir in eine Regierung gehen, dann nur dann mit einem Partner, der auf unsere Ziele akzeptiert und mit uns unsere Ziele umsetzt. Ich erhoffe mir und erwarte mir, dass die Ziele umsetzt. Ich erhoffe mir und erwarte mir, dass die Ziele umsetzt.